herzlich willkommen und ein wunderschön zu einem weiteren neuen wwe supercard video und steht mal wieder eine ultimative fusion an wir schauen ganz schnell was ich hier schon an ultimativen fusionen am start hat meine freunde zwei habe ich bisher nur gemacht weil ich ein bisschen ja das ganze verpennt hatte und dann auch nicht mehr irgendwie so viele karten hatte und so weiter und so fort lange rede kurzer sinn tyler breeze und cesaro die beiden haben wir bisher und ja ich würde sagen wir wissen was wir wollen also gehen wir rein hier und mal ultimative fusionen einfordern let's go baby bitte gib mir tyler oder cesaro okay alles klar nehme ich auch mit lana die wird mir sogar unglaublicherweise ihr seht es ja unten rechts an meinem deck die wird mir wirklich helfen die wird die eliten nikki bella da verdrängen ich habe mir jetzt in der letzten rd was das war die baby nicht gewollt und deswegen tut mir lana auf jeden fall auch gut und vor allem wenn wir sie dann mal irgendwann noch proben können also die nehme ich auf jeden fall gerne mal mit an vielen dank dafür und ja so schnell kann es gehen ist es fährstbar ja ich werde gucken dass ich hier irgendwie wieder eine neue fusion zum laufen bekomme halt eben keine ahnung wie ich das machen werde oder soll also dadurch dass ich halt weniger auch momentan ein bisschen super karten spiele habe ich halt eben natürlich auch aktuell weniger karten das ganz klar deswegen mal schauen aber ansonsten würde ich sagen soll es das gewesen sein kurzer quickie hier von mir und ja ich würde sagen ich wünsche euch eine geile zeit vielen dank für die aufmerksamkeit ihr könnt mal reinschreiben was eure letzte fusion war und natürlich auch eine worüber alle gerade irgendwie reden was wird am morgigen mittwoch dem dritten mai soll es ja glaube ich soweit sein wenn ich mich jetzt nicht vertue ja was wird morgen neues kommen denn wir haben es hier denke ich alles schon gesehen anmeldebonus wo haben wir den dann erst erstmal hier anmeldungsbonus wird momentan nicht angezeigt und soll mit irgendwas neuem zu tun haben was dann am mittwoch dann wohl freigeschaltet wird einige gehen schon von aus wegen baby auch jetzt in der rd und so weiter dass es eventuell eine neue deckstufe ist vielleicht neuer anmeldungsbonus aber das denke ich nicht ich weiß es nicht ich bin gespannt so ja ihr könnt auf jeden fall mal in die kommentare gerne reinschreiben so zum einen natürlich was habt ihr als letztes in der fusion gehabt bzw einfach mal auch was denkt ihr was hier morgen stattfinden wird bzw was würdet ihr euch auch wünschen es gibt einige die wollen einen kompletten reset einige eine neue deckstufe vielleicht wirklich ich weiß es nicht schreibt einfach mal in die kommentare rein mich würde es auf jeden fall interessieren ich lasse das ganze auf jeden fall auf mich zukommen und ja dann schauen wir mal würde ich sagen also bis dahin wünsche ich euch eine geile zeit alles gute schaut gerne auch mal in die live streams rein auf twitch link findet ihr natürlich in der beschreibung genauso wie zu twitter und facebook auch ja lasst nike da würde mich auf jeden fall sehr freuen ansonsten bis zum nächsten mal haut rein danke